Wie ist er denn? Hey, wer bist du, Mann? Alle reden über den... Und ich natürlich jetzt auch. Leute, was ist das eigentlich? Das gucken wir uns heute an. Wir werden uns einmal kurz über Shorts in das Thema reinarbeiten. Und dann werden wir ein sehr interessantes Game auspacken. Leute, ich hab sehr, sehr Bock. Und ich hoffe, ihr auch viel Spaß. Cool, let's go. Was geht hier ab? Okay, Mann, der Typ dringend jetzt so ein Grimmens Shake, den es da gibt, oder was? Alter! Junge, was ist denn da gerade passiert? McDonald's CMO probiert den Grimmens Shake. Was zur Hölle geht da ab? Was ist das für ein Shake? Happy Birthday, Grimmens. Happy Birthday, Grimmens. Happy Birthday, Grimmens. Herte Geburtstag. Okay, alles entspannt. Hä? Hä? Warum zur Hölle liegt hier ein Toter hinten im Kofferraum? Was haben wir hier? Der Grimmens Shake wird auch hier wieder probiert von zwei Personen. Ich ahne Böses. Wenn man ihn trinkt, passiert Unglück. Das kann ich jetzt auf jeden Fall raussehen. Junge, was läuft da durch die Nase? Was läuft da durch die Nase? Hey, are you okay? I feel you. Bruder, was ist denn da passiert? Alien. Ähm... Gott! Alter Schwede! Junge. Jetzt verstehe ich, was dahinter steht. Ah! Da klettert einer im Hintergrund! Muss los! Nee. Nee. Siehst du bei dir. Wow! Okay, okay. Bis hierhin war es schon mal sehr interessant. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter rein. Leute, euch ist wahrscheinlich klar, dass ihr einen fetten Like da lasst. Wenn ihr mehr davon wollt, weil ich sag mal so, wenn gut ankommt, das Video mache ich nächste Woche jeden Tag rein. Ist das ein Deal? Leute, ey, ihr habt nichts zu tun. Ihr sitzt da gerade. Ich mache extra für euch ein Video. Sagen wir noch einen dicken Like rein, schallern. Auf Süßbasis. Weißt du, was ich meine? Guck mal weiter. Guck mal rein. Was läuft denn hier? Die trinkt da draußen jetzt ein. Interessant. Wer hat sich das ausgedacht? Aber ich finde es irgendwie cool. Aber es ist auch gruselig teilweise. Oh wow, das ist wirklich gut. Hä, sie probiert ihn. Hä? Oh my God, this is amazing. Hä? Was ist mit ihr los? Die will immer mehr. Bro, was ist denn da los? Hä? Wer ist er? Ja, was geht denn hier? Echt? Also, wow. Okay, wir gucken noch mal ein bisschen weiter rein. Also, Leute, kennt ihr das? Wenn ihr jetzt Shorts einfach durchguckt, ne? Und ihr könnt nicht aufhören. Das habe ich gerade. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Grimmis. Happy Birthday to you. Okay. Alle stoßen an mit den Grimmis-Shakes? Was? Oh Gott. Okay, Mann. Ich weiß jetzt, was hier abgeht. Oh nee, will ich das Spiel dann überhaupt zocken? Okay, Leute. Wir machen hier einen Break. Wir können gerne mal so Shorts und so reinlöcken. Einfach Team Denome auch mal auschecken. Das ist mein Reaction-Kanal. Also, der offizielle Reaction-Kanal. Da machen wir nur Reactions. Hier gibt es natürlich ab und zu auch mal welche, so wie jetzt. Aber Gaming ist natürlich immer noch Schwerpunkt. Abonniert einfach Team Denome. Und ich verspreche euch, wir machen dann nächste Woche auf jeden Fall auch mal was Feines. Weißt du was? Ich lade einfach... Digga, ich lade einfach in einer Stunde nochmal ein Video. Let's go, Leute. Okay, wir gehen ins Spiel rein und gucken uns das mal an. Moin, Digga. Ich bin's, der Grimace-Shake. Es gibt ein Game. Ich... Was soll ich sagen? Was tue ich mir hier eigentlich an? Oh nee. Oh, da wird uns ein Grimace-Shake rübervers. Ja? Bist du Grimace oder was? Moin. Ich will den nicht trinken. Nein, Mann. Oh, Digga. Der typische... Aber er kennt ihn, Leute. Der typische Sound. Das Telefon klingelt McDonald's. So, an der Arbeit ich da gerade oder was? Hallo? Äh, yeah. Okay. Okay. Bye. Ich hab bei McDonald's bestellt und der Fahrer ist grad unterwegs. Will ich überhaupt, dass der Fahrer unterwegs ist? Leute, ich hab bei dem Game, wenn ich das jetzt schon seh, ganz ungutes Gefühl... Hab ich mir in die Hose gepisst? Bro. Der Pizza-Lieferant klingelt und ich hab auf die Couch gepinkelt. Oh, Gott. Oh, Moment. Ich muss einmal schnell meine Boxershorts wechseln. Oh, Moment. Äh, ist hier eine drin? Okay. Okay. Hallo. Äh, moin. Tut mir leid. Oh, ich bin im falschen Raum, Digga. Ich mach die Tür lieber zu. Äh, ich bin gleich da. Ein Moment. Chicken McNuggets? Junge, geil. Ich hab die Chicken Nuggets und den Grimace Shake am Start. Ich mach die Tür... Warum ist es hier draußen dunkel? Was ist denn das hier? Ja, es ist ein Hausfloor. Es ist ein Hausfloor, Leute. Okay. Also, ich hab Chicken Nuggets und den Grimace Shake. Es wird jetzt, äh, wahrscheinlich nichts Gutes passieren, wenn ich mich vor die Glotze setze und den Grimace Shake klinge. Oh, Leute. Nee. Oh, oh. Was passiert jetzt? Haha. Es klopft was. Wer klopft da? Ich hab nix mehr bestellt. Hallo? Wie ist er denn? Hey, wer bist du, Mann? Er winkt mir zu. Grimace. Oh, nee, ne? Leute, kann ich den Notruf... Oh, bitte nicht durch die Tür. Kann ich den Not... Klopft wieder jemand. Klopft. Da ist wieder jemand hier. Grimace! Moin! Warum hast du da ein Messer, Bro? Ah! Oh Gott! Alter, was geht denn hier ab, Junge? Was soll das? Ich hab... Ich hab mich so verjagt. Dig hat mich einfach aufgegessen. Ich bin in Grimace drin. Freunde, das ist dein Ernst? Hier ist ein Po? Hier ist ein Po, oder? Oder was? Okay, Mann. Das Game geht hart auf die Psyche von mir. Muss ich jetzt schon sagen. Ich spiel das grad abends. Ähm... Bin grad nach Hause gekommen, Leute. Entspannt. Tag gehabt, war heute Klettern. Und jetzt tu ich mir sowas an. Ich weiß gar nicht, warum mach ich das auch immer. Okay, der Sprung hier ist ein bisschen sehr komisch. Wir können auch auf andere Ecken springen. Finde ich auf jeden Fall ganz gut. Ähm... Oh Gott! Oh mein Gott! Ich bin ertrunken! Okay, ich wache aber wieder auf. Es kann mir also nicht viel passieren. Finde ich gut. Aber was ist das bitte für ein Game? Wer bin ich, dass ich jetzt hier drinnen bin? Da ist ein Rohr. Hier ist noch ein Rohr. Ich gehe durch das Rohr. Ich laufe durch seine Arterien oder was? Durch seine Magenröhre? Wo bin ich? Boah, Leute, ist das krank. Ey, ich sag's euch. Das ist krank, aber irgendwie auch cool. Hol mal hier rein. Was ist da so los? Der hat ein Hähnchen gegessen, Junge. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Da vorne ist ein Item. Das können wir einfach aufsammeln. Lego-Steine ist er auch. Na gut, ich nehme einfach mal das Ding hier. Was ist das? Wofür brauche ich das? Werden wir gleich sehen, Leute. Wo bin ich, Mann? Es ist extrem dunkel. Ich habe die Kanone jetzt noch nicht. Oh, oh. Was? Okay, ich muss diese Seelen befreien. Grimace-Babys handen mich. Und ich muss sein Herz zerstören, um Grimace auszuschalten. Bro, was ist denn das jetzt schon wieder? Wer verfolgt mich? Wo verfolgt mich jemand? Loll! Okay, okay. Ich merke, ich merke, wo das Problem liegt. Ein Cage haben wir aufgemacht. Wahrscheinlich wird es immer intensiver. Ja, safe. Genau so ist es. Leute, ich bin doch, ich bin doch der Typ, Digga, der hier alles klären kann. Weg mit euch, Grimaces. Keiner will euch. Keiner mag euch. Okay, Leute. Ich habe den dritten Cage gleich offen. Okay. Die nächsten Seelen sind raus. Es werden ja immer mehr, Alter. Es werden ja immer... Nein! Nein! Ich bin ertrunken. Oh, ich muss das alles von vorne machen. Weil ich den... Oh, nee. Ey. Was? Ich kann... Ich kann einen Rocket Jump machen. Wenn ich auf den Boden schieße. Okay, krass. Okay, Leute. Ich habe gefettfingert. Ich bin ehrlich. Aber ich verspreche euch, bei meinem Namen, das wird jetzt eine cleane Runde. Let's go. Ich muss einmal den Rocket Jump testen. Okay. Uff. Locker. Locker. Clean wird das jetzt. Er kann hier nicht durchfliegen. Okay, die Cages schützen. Die Cages schützen ein bisschen. Ein Cage haben wir auf. Let's go. Du musst auch ein bisschen aufpassen, wo ich hinschieße. All right. Dann nehmen wir mal direkt den nächsten mit. Noch ein Cage geöffnet. Ich gehe direkt mal hier rüber. Tu so, als mache ich ihn auf. Damit wir jetzt noch ein paar Grimaces weghauen können. Weg mit euch! Ich werde rausfinden, was hier los ist. Wer hat mich gegessen, ey? Ganz ehrlich, Leute. Was soll denn das? Also, total krass, was die sich schon wieder ausgedacht haben für ein Game. Let's go. Ich habe den nächsten Cage offen. Bam. Ich schieße die Grimaces weg direkt. Okay. Was sind die anderen? Oh, Leute. Direkt drei Stück. Das war extrem close. Neue Seelen befreit. Da kommt unten. Alter. Oh, da hat er mich erwischt. Du, Dreckschwein, du. Ich nehme mir das direkt mit. Es werden immer mehr, ne? Man sieht's. Es werden immer mehr. Okay, ich muss mich jetzt beeilen. Ich bin jetzt gleich sehr, sehr nervig. Bam, bam. Ich bin am Hähnchen. Letzter. Let's go. Ich mache rauf. Ich mache rauf. Ich mache rauf. Komm schon. Okay. Läuft. Den habe ich No Scope weggehauen. No Scope. No Scope. Ich schieße rauf. Was passiert? Ich habe Grimace ausgeschaltet. Alter. Ich habe dem sowas von die Ehre genommen. Ich bin der Hauptverdächtige in der Untersuchung, wie Grimace gestorben ist. Als ich der Polizei gesagt habe, dass Grimace mich umlegen wollte und mich gegessen hat, haben sie mir nicht geglaubt. Ich gehe jetzt in den Knast. Ich gehe jetzt in den Knast. Okay, Leute. Also, Grimace Shake. Ich sage euch ganz ehrlich, war ein sehr, sehr geiles Video. Hat mir richtig gut gefallen. Und ich hoffe, wenn euch das auch gefallen hat, dann lasst ihr einfach ein Like da und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, weil dann habt ihr ab morgen jeden Tag Grimace-Content. Danke fürs zusündiges Küsschen. Deno out.